Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play PC Building Simulator So Achso, da müssen wir jetzt weitermachen Okay, oh Ja ich weiß gar nicht mehr wo wir gewesen sind Wo wir aufgehört haben Ich bin völlig raus So ist schon wieder ein bisschen her Also ein paar Stunden Und jetzt habe ich noch andere Sachen gemacht Also Fakt ist erstmal Die dürfen weg Also definitiv Da setzen wir mal Und da war auch nur einer drin Ist doch eine Schweinerei Das ist nämlich der Rechner, den wir gerade zusammenbauen PC, LED, Betriebssystem PC, kein Euro, Truck Simulator Zwei Mindestanforderungen Daher nirgendwo irgendwelche Kabel sind Ach stimmt, ich hatte hier aufgehört Ja, 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 ja Ja Der passt Okay, der passt da offenbar gar nicht rein Der auch nicht Das da müssten die Standard sein Nein Die haben 40 Ja, die haben immerhin 52 Ja Passt, ne Passt nur der rein Dann setzen wir den da rein Das dürfte auch nicht original sein Weil Wenn ich mich recht erinnere Da war der alte Schwarz von gerade So Das sieht doch mal nach einem Vernünftigen Rechner aus Gut, 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 gut Kabel Oh ja, so weiß und dann mit orange Das sieht doch mega aus Oder Oder Jetzt fehlen außen nur noch die Sachen Ah Habe ich schon reingemacht Sehr gut, sehr gut Aber das sieht echt cool aus So verkabelt und alles Gefällt mir Finde ich nice Also er geht schon mal an Ist schon mal viel wert So, geladen hat er Nö Ja Und natürlich Und natürlich filmen wir auch noch Einen Härtetest durch So, jetzt Jetzt versuche ich den mal Ähm Ins Boot System zu kommen Ich glaube F2, ne Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut Sehr gut, sehr gut So Ja Das ist soweit, alles okay Nice Haben wir den, haben wir den übertaktet Also den Ram haben wir jetzt übertaktet Alles läuft Alles läuft Das ist auch schon mal ein Jackpot Das ist ein PC für PC Bay So Ach, die Lüfter sind alle neu Ja gut, die können wir vielleicht doch noch mal irgendwo anders einbauen Die Kabel hat man halt Ja egal Ich glaube nicht, dass wir davon noch was verkauft kriegen Gebrauchte Teile will gefühlt niemand besitzen Alles auf PC Bay Alles drauf Gut Die könnte man jetzt Ja gut Dann machen wir das doch Ah, guck mal Ich war billiger teilweise Aber 8 Tage warten Ne, 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 ne Scheiß mal auf Geldsparerei Ah, Gebrauchte Ah Meine Verkaufsliste So Aktuelles Angebot 2 Dollar 3 Dollar Oh, die sind schon bei 6 Aha, aha, aha Für den PC Aktuelles Angebot Ein Angebot Und das sind direkt 514 Euro Da mach ich ja Verlust mit Ich glaube, der war teurer Den wir hatten Hätte ich mir mal aufschreiben müssen Verdammt Ja, für das alles gibt's nix, weil Haben wir ja nicht Also haben wir gerade das reingesetzt Ist ja klar, dass es dafür Nicht so viel gibt So Nehmen wir mal an Nehmen wir an Nehmen wir an Okay Glückwunsch Du hast Level 10 erreicht Nice Du hast folgendes freigeschaltet Gut gemacht Nur weiter so Das Team von PC Building PS Das nächste Etappenziel wird freigeschaltet Level 11 Marktverfolgungswerkzeug GPUs NVIDIA Gut gemacht PC Konstrukteur Du bist so gut Im normalen Kariermodus Dass wir für dich Den schweren Modus Zum Ausprobieren Freigeschaltet haben Über das Hauptmenü Kannst du auf diesen Modus zugreifen Ein Großteil der Hinweise Und Tutorials Sind dabei entfernt Sind dabei entfernt worden Und darüber hinaus Gibt es schwierigere Aufgaben Und weniger Geld Glaubst du du hättest Als P-Konstrukteur Mehr drauf Als alle anderen Dann beweist es Viel Glück Das Team von PC Building Simulator Aha 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 Wir sind richtig Maschine Alter Timbo 2000 Das ist doch der Wichser Unser Onkel Lieber Liebster Neffe Anscheinend läuft es hier Mit Tims Superscharfe Reparaturen Ganz prima Ich wusste ja immer Dass du dieses Geschäft Dass dieses Geschäft Abgeht wie Schmidts Katze Apropos Geschäfte Und Schmidts Katze Es läuft zwar Ast rein Aber ein bisschen Kapital Wird noch gebraucht Wie wäre es Wie wäre es wenn du mir 7500 bereitstellst Du bekommst dafür weitere 10% vom Geschäft Eine todsichere Anlage Dein Onkel Tim Oh so ein Bastard Damals waren es glaube ich 2000 oder 5 Ne Und jetzt sollen wir dem 7500 in den Arsch stecken Für die Arbeit die wir machen Oh ist eigentlich eine Sauerei Aber naja gut So ist der Alte Wichser Ja wir haben Angenommen Was wir annehmen können Das war es Mehr können wir ja nicht annehmen Oh das reicht locker Das läuft Das dürt es nicht ab Das ist doch schon ein Fläumchen Mit einem Träumchen Schau mal an diese Zusatzteile hier Die sowas hier nicht vertickern kann Ich würde sie sofort verkaufen Auf Pay So Zack So mein Lieber Neuer PC Ich bin ja noch viel billiger geblieben Also Richtig Geschäfte machen Nicer dicer Teile von Gigabyte installieren Nur Neuteile verwenden Habe ich gar nicht drauf geachtet Ich liebe diesen neuen PC So bin ich Naja wenn wir die 7500 haben Werden wir sie bezahlen Damit wir Endlich irgendwann mal Den Namen ändern können Ich glaube 10% oder sowas besitzen Schade dass es da keine Anzeige gibt Wie viele wir besitzen Und auch nicht Da ist nichts mehr Wir beenden den heutigen Tag Oh jetzt kommen die irgendwelche Zustellungen Noch von Oh Gott oh Gott Auktion beendet Ihre erste Auktion ist beendet Rufen sie ihr Geld über die App ab Rufen sie ihr Geld über die App ab Ja wir gehen dann mal zur Arbeit Hallo Erstmal schauen wir mal Oh da sind schon Die Angebote sind jetzt schon teilweise gestiegen 2, 4, 8 Da ist noch gar nichts Hier sind jetzt von 500 auf 700 Das sieht gut aus Boah da sind auch schon ein paar Dollar geboten Da flattern wieder Scheine in die Kasse Ich spüre es Hallo ich bin gerade in meinem Blog mit Gesellschaftenachrichten zugeworden Und brauche dafür ein Computer damit ich Beiträge verwassen kann Auf dem Handbag Was Weniger wie 500 Dollar Das ist eine Herausforderung Hätte ich mal die Komponenten von gerade behalten Dann hätte ich den jetzt nochmal gehabt Die wollen ja alle nur Alle wollen sie nur Mein Pash Alle wollen sie mein Pash Boom Ja gut PC kann Eurotrack Simulator 2 ausführen Also ich brauche einen neuen PC Was ich unbedingt will ist Battlefield 1 da drauf lebt Ich spiele kein Battlefield 1 ausführen Mindestanforderungen 10 Tage Zeit Oh 10 Tage ist ja schon mal eine lange Zeit Der Vermieter Ihre Miete ist jetzt verliebt Sie schulden uns 500 Lenk mich am Arsch Ist bezahlt Du Wechser Wir haben ihre 500 Das war hoffentlich ein schöner Monat Oh der Monat wird jetzt das schöner So Habe ich noch einen Rechner? Nein Dann nehme ich einfach mal die, die ich habe Und werde sie missbrauchen Für die Sachen, die ich vorhabe Und zwar, dass ich mir die Daten darauf abrufen kann Damit ich weiß, was ich brauche Was der Rechner halt können muss Also, ne, so Die Anforderungen So Erstmal Diagnose stellen und reparieren Der Rechner besitzt keine CPU mehr Da hat mir doch einer mal ein Storch gebraten Da braten mir doch einer ein Storch AMD Wisen 7 8 Core AMD Wisen 7 8 Core Welches? 1800 X 1800 X In den Warenkorb Und damit ist die Folge beendet Ich hoffe es hat euch gefallen Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, favorisieren Ihr wisst Bescheid Euer SweetOneWeb Ciao